Wann sind Sie selbst zuletzt mutig gewesen? Heute. Ich spreche wildfremde Frauen an, die ich toll finde, wo ich sage, schöne Haare. Man muss jeden Tag mutig sein. Woher nehmen Sie den Mut zum Leben und die Kraft? Ich denke mal, da habe ich genug Leute im Hintergrund, die mir die Kraft geben. Sie sehen toll aus heute Abend. Großes Kompliment. Dankeschön. Was tun Sie um fit zu gehen? Viel Sport, gesunde Ernährung und ein gesundes Umfeld.